Hallo, willkommen zurück zur nächsten Runde. So, ich habe den jetzt da unten nochmal erschlagen. Das war ein bisschen Arbeit, aber nicht gemacht. Kargran und Kro ist tot. Jetzt sind wir vor der Schatzkammer. Wo das losgeht, ich habe letztes Mal noch die beiden Würmer in mein Gehirn gesteckt. Ich habe noch einen Wurm gefunden, die ich eben halt in mein Gehirn stecken kann. Dann machen wir das mal gerade. Die bringen halt Boni, die anderen wollen das halt nicht sagen, die hier. Zögerlich. Aber wir machen das jetzt. Hier zwischendurch habe ich nochmal eine Vision gehabt, wo der eine, der mich gerettet hat, der mir sagt, ich soll das mit dem Würmern kontrollieren mal versuchen. Und da erkannte man das, glaube ich. Der meinte, der war wohl auch mal irgendwie so in dem Wurm gefangen und ist in so einer Traumwelt. So ganz habe ich den Zugang noch nicht verstanden. Und der spricht mir auf jeden Fall zu, das weiterzumachen hier vorne. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Der wird mir sicher nicht anlögen. Kommt da oben nicht weiter. Ja, wo stecke ich mir denn jetzt rein, ne? Wie dann soll ich alles jetzt machen? Deine Angriffe wirken, psychischen Schaden zusätzlich. Hier leider aber auch Schaden. Man muss es halt auch noch aktivieren. Also das habe ich eigentlich keine Lust drauf. Das sind alles Aktionen. Da hättet ihr eben schon die passiven mal freigeschaltet. Reaktion hat man ja auch mal nur eine pro Runde. Da habe ich auch schon genug von. Also eigentlich würde ich die anderen Sachen freischalten, aber nicht sicher, wie man die anderen da freischaltet. Weil dann lohnt sich das ja gar nicht, den Kopf zu stecken weiter, ne? Für die, ehrlich gesagt, nicht so stark. Also dafür, dass die Larve durch meinen Kopf sich frisst. Also ich weiß nicht, ob das sein muss. Also dann machen wir, glaube ich, die konzentrierte Explosion. Also wenn ich es richtig verstehe, muss da jemanden zaubern. Muss da jemanden zaubern, damit ich dann das mit Konzentration, da kann ich das quasi sprengen und mich heilen dabei. Ja, rein mit dem Wurm. Mal gucken, ob das gut endet. So, Schatzkammer. Amulett, Belun, Hervorrufung, Zaubertricks. Ich frage, was das macht am Schluss, ne? Wenn du dir die berührst, regnete Trefferpunkte, schläf ich doch möglicherweise ein. Klingt sehr dumm. Das kostet auch immer wieder Aktionen, die ich eigentlich eh schon habe. Also da ist mal die Frage, ob es überhaupt irgendeinen Nutzen macht. Komische Eisen. Handschuhe. Grummel der Verlierer. Tappbarkeit unterlegen. Der Träger ist bei Nahkamptsangriffwürfel im Vorteil, wenn er von zwei oder mehr Gegner umzingelt ist. Klasse, das können wir machen. Stiefel. Wenn der Träger in Kampf Spurte oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er drei Züge lang Wucht. So, ich habe im Moment so viel magischen Krempel hier, dass das schon teilweise schwierig ist, zu gucken, wie man die verteilen möchte. Okay, so. Ich glaube, ich muss noch einen töten, ne? Irgend so einen Super-Anführer oder sowas. Da habe ich doch noch einen Raum, den ich machen muss. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ah, da war der Käfig, genau. Mussten die wirklich sterben, die Viecher? Die Knuck. Also, alle Anführer der Goblin müssen wir besiegen. Den gerät man aber letztens mitgesprochen. Vielleicht ist es auch ein Anführer der Goblins. Wir hauen ihn mal tot. Und dann sehen wir, ja, ob das der letzte war. Und dann sehen wir, ja, den König versperren. Ja, der Durin hat sich irgendwann mal verwandelt wieder. Was, glaube ich, nicht so schlimm ist. Ich versuche jetzt mal mit meinen Zaubern sehr sparsam umzugehen, damit nicht sowas passiert wie die letzten. Das war dann doch, ne? Sehr unschön. So, auf die Nase. Also, Zauber halt, solche Löcher muss man mal aufpassen, ne? Wenn man da reingeschubst wird oder so. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich mache den Next den Feuerpfeil immer, oder? 1 bis 10 ist vielleicht besser als 2 bis 7. Also, offensichtlich habe ich die Mission noch nicht geschafft. Irgendwo gibt es also noch Goblin-Anführer. Da ist ja so ein umisches Ding. Was dem Käfig auch als Goblin-Anführer zählt. Aber der ist ja eigentlich auf der richtigen Seite. Ja, mit den Ratten hatte ich schon gesprochen. Die meine, der ist irgendwie tot im Untergrund. Krieger untersucht. Also, ich will die Leute nicht einfach random töten, die Leute. Ich weiß halt nicht, wie ich schon war. In diesem Reload ist ein bisschen höher. Aber auch keiner mehr. Und Toter? Ich such mal. So, hier vorne war noch welche. Komm, lieb ein Boss. Genau. Ach, der Fall war das. Genau. Dann spickt mir der jetzt mit Pallen von hinten. Ich glaube, beim Kompli muss es ein bisschen dauern. Ich habe jetzt die Schnellladetaste mir mal rausgefischt. Den Kampf habt ihr ja schon gesehen. Ich mache den mal schnell. Ich habe jetzt die Schnellladet, meine Freundin. Die Grohle verdetet ihr eine Schuld. Die Schnellladet ist immer meine erste Wahl. Aber diese drei waren zu gefährlich, um zu bleiben. Wir gehen aus dieser Schnellladet, erst einmal. Zurück nach der Grohle. Ich mache meine eigene Weg da. Ich kann sehen, was da ist. Und wir können diskutieren, was kommt im nächsten Mal. Amidst mehr... Okidoki, das hätten wir. So, ja, das heißt, wir müssen jetzt zurück und dann holen wir uns das hoffentlich ab. Eine Inspiration erhalten. Und jetzt machen wir die ja vernichtet, die Kugel im Kampf, aber man kann wohl mit der Blicke tauschen. You feel a brief lurching connection, a sensation of falling into your own image, endlessly, confusion, alarm, then the presence withdraws, leaving a dull black mirror once more. Ja, who knows. So, die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, gehen wir... Uh, vergoldet. Gehen wir in die Unterwelt jetzt noch schnell? Früher wieder einen Schuh. Oder gehen wir erst die anderen Sachen machen? Ich glaube, ich gehe in die Unterwelt, wo wir nochmal rasten. Wahrscheinlich, bevor man die tödelt, hätte man vielleicht einen Druiden mitnehmen können. Nicht unnützlich, eine Unterwelt vermute ich. So, ich glaube, das hat sie gerade von selber gedreht. Ich kann schwören, dass ich hier reingeguckt habe, hat sie die Scheibe gedreht, ohne dass ich da war. Vielleicht eine Art Mondkalender. Na ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier zur Hölle. Gleich einfach. Also ich war noch nie da drin, keine Ahnung, aber nur, dass andere Höllen noch, wo ich gefunden habe, oder Unterreiche, wie sie jetzt in den Schimpf, war ja bei der Spinne gewesen, hätte nur einer mit dem Trank reinhüpfen können. Abseilen war wohl nicht. Und da gehen wir jetzt mal hier die Leiter runter. Ich suche immer noch ein Stück Holzrinde für die Schmiede. Der Baum soll ja wohl da unten wachsen. Kinder, das wird die Leiter da angebracht. Das ist eigentlich noch ganz harmlos raus. Immer vorgehen. Hat auch Wohnungsleben noch, weil er eben was getötet hat. Börchen? Erschlossen. Aber eine vergoldete Truhe. Die möchte ich natürlich schon mitnehmen. Das ist ja eigentlich dumm, oder? Wenn man da für Inspiration nimmt. Also man kann das ja ohne einfach neu knacken. Und manchmal gibt es ja Tests, die kann man noch einmal bestehen. Aber für so einen macht das, glaube ich, keinen großen Sinn. Cinderella ist ja auch verschlossen. Also ob die davon ausgeben würden, dass die Urte dauernd Leute rumlaufen? Ich glaube, Karl hat so einen Handschuh, da geht das nochmal plus ein, welchen ich nicht ausgetauscht habe. Ich habe die Ausrüstung jetzt so oft gewechselt, weil alle zwei Minuten irgendwie neuer Handschuh oder neuer Dings zu finden war. Ich versuche das jetzt ein paar Mal. Et voilà! Helm des Niederstreckens, Stärken des Niederstreckens. Wenn du einen Niederstreckenzauber einen Zustand bewirkst, erhältst du temporäre Trefferpunkte. Ja, das ist die Frage, was ein Niederstreckenzauber ist. Aber der Helm selbst sieht halt nett aus, ne? Niederstreckenzauber. Ich habe keine Ahnung, wer den macht, ne? Das ist halt das Ding. Ich kriege auch hier einen Konstitutionswurf plus eins. Und er sieht schöner aus aus dem Lederhelm. Also da zieht man einfach ein, äh, anziehen. So. Sieht schon fast aus wie ein Ritter, unser, äh, ähm, Dings. Unser Warlock. Quite empty. Leuchtet der Helm? Ich glaube, der leuchtet. Hebel, Stiefel, noch ein Helm, Großschwert, Großschwert kann man ja mitnehmen, den viel Wert. Was haben wir hier? Wiegelkreis. So ein Teleporter wieder? Wegpunkt. Das heißt, ich habe jetzt einen Wegpunkt in die, also ich weiß ja nicht mal, ob die Unterwelt ist. Doch, Unterreich, genau. Also ich kann mich jetzt teleportieren ins Unterreich, hin und her. Weil die Frage natürlich, inwieweit wir jetzt die, oh, wir haben sogar eine Schmiede hier vorne. Eventuell könnte ich sogar hier vorne das Dinger machen, wenn ich das Holz finde. Also Blasen kann man schon mal, aber da brauchen wir auch ein Feuerchen, also Schmiede, ne? Selbst. Logbuch. Gute Wand. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir nicht einen Stützpunkt, ne? Wenn ich mich mit einem Ratteherr zauber, oder so, kann ich ja mir trotzdem nicht da durchgehen. Also auch so richtig, wie verfault, gab es hier einen Stützpunkt von irgendjemanden. Vor der Unterwelt. Oder dem Unterreich. Da sieht aus, ob es da ein Schlachtfeld geben würde. Die Frage ist halt, wollen wir da jetzt reingehen und das machen? Oder uns vielleicht erst mal um alle anderen Sachen kümmern? Das ist hier auch, die die Tür wohl auf und zu macht. Vielleicht komme ich da auch gar nicht rein. Kann man zur Noto rumspringen wahrscheinlich. Okay, das ist ja Geld. Schwere Ausrüstung, alle Achtung. Ich bräuchte auch mal so Überlebenskeitsschriftrollen, also so Wiederbelebenskontrollen. Boah, sind hier schwere Waffen unterwegs, Mann. Okay, also ich vermute mal ganz stark, da kann man jetzt so eine neue Mission machen. Vielleicht sogar sprengen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich meine, ich kann mich ja jederzeit her teleportieren, ne? Da machen wir jetzt erstmal die Droiden-Geschichte. Und ich muss auch noch am... Äh... Äh... Oh, der Karte ist jetzt direkt um die Ecke. Aber das ist, glaube ich, ähm... Eine Ebene höher, ne? Ich weiß nicht, wie man die Karte jetzt hier eine Ebene höher machen kann. Das magt ein. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Hager meinte, er wäre zurückgegangen, wenn ich ihn richtig gehört habe. So. Genau. Dann gibt es natürlich noch Sachen zu erkunden. Klipp am Straßen. Also, vielleicht machen wir mal gerade das da unten, weil da sollte ich angeblich was vergessen haben. Und das ist auch durchaus möglich. Ähm... Da kann ich hier gleich immer noch hingehen. Das wäre dann hier oben mit dieser Mission. Dann machen wir eins nach dem anderen. Jetzt machen wir die Wuchen in Ruinen. Dann gehe ich hier unten mal das Schiff abklappern. So, da vorne scheint noch was gewesen zu sein. Astarion oder sowas. Also, da vorne geht's. Okay... Don't we? I saw you on the ship, free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacles... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. That explains things... somewhat. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarian. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Is that so? We clearly move in different circles. So... Do you know anything about these worms? Turn us into... Ha! Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert. Someone that can control these things. There might still be time. Gutes Timing, right? Kontrollieren. Loswerden müssen wie Sie. Schreibfehler, ne? Wir Sie. Tempting. But your party seems a little... ...crowded right now. I like to have my space. I... Want to have my space? Ja, wird langsam voll, die Gruppe. So, die Frage, ob es da noch was gibt. Ich gehe einfach mal weiter. Also die sind ja vom Titelbild alle, ne? Und da gibt es dann noch diese eine Kante, die wir am Anfang begegnet sind. Die so ein bisschen aussieht wie der Grinch. Die muss ja eigentlich auch noch irgendwo sein, oder? Oder habe ich die schon irgendwie verjagt und abgelehnt? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Die war, glaube ich, ein bisschen blutrünstig oder sowas, ne? Die wollte irgendwas machen und ich habe, glaube ich, nie gesagt. Also vielleicht ist der Grinch gar nicht mehr im Angebot. Obwohl es auch langsam voll wird im Lager, wenn ich das mal so sagen darf. Ich gebe alles mit, was in diesem Nagel fest ist. Ja. Aber ich denke, das war's. Also da unten, da war ich eben am Wasser. Ich glaube, vielleicht ist da noch irgendwas, aber ich könnte meinen, das konnte ich eben nicht betreten. Den Teil. Also von rechts kann man es nicht betreten. Da war eine Sackkasse, könnte ich schwören. Hier war ich eben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wenn man sich mal hier anguckt vom Gelände, da scheint alles zu zu sein. So, ich habe mal nachgeguckt. Also in dem Goblin-Ding hätte ich die Inventara, die ich getötet habe, diese Elfe, hätte man wohl rekrutieren können. Der wäre ein bisschen tricky geworden. Also deren Questreihe kriegen wir dann jetzt leider nicht mehr, weil man will das irgendwie zurückspulen. Das mache ich jetzt nicht. Und wir haben ja eh schon einen Haufen Leute. Allerdings soll der Grinch wirklich hier oben noch irgendwo sein. Irgendwo hier oben ist die in so einem Käfig wohl gefangen. Wir gucken mal. Weil das ist ja auch so ein Look-Dingy. Mit dem nirgendwo. Ah, die soll auf jeden Fall hier irgendwo sein. Genau, also entscheidend diese Lieferung hier vorne, diese Mission, da soll die irgendwo sein auch. Und das ist ja so eine Mission, die wir machen müssen. Ich denke, ich sehe das. Vielleicht habe ich was in den Kug an. Keine Ahnung. Gucken wir uns mal den Wagen an. Das macht ja am meisten Sinn. Vielleicht habe ich sie auch schon gemacht, aber sie ist ja nicht in meinem Lager. Vielleicht habe ich die dann auch nach Hause geschickt oder so. Ich erinnere mich nicht mehr. Oh, da geht es aber tief runter. Also da sieht halt hier irgendwie so aus, ob das da oben hoch geht. Aber nicht ganz sicher, wie ich da hochkommen soll. Da gibt es ja auch nichts zum Anklick, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob das ein Grafikfehler vielleicht auch ist. Das Holz ist so mitten im Nirgendwo. Ich kann ja leider nicht nach oben zoomen. Aber ich müsste auf diesen Berg vielleicht drauf, um zu sehen, was da oben ist. Oh, da ist ein Eifels. Schweben ist halt nicht. Keine Ahnung, wie ich jetzt da hochgucken kann. Das sieht irgendwie komisch aus. Auf den Berg gehen geht nicht, ne? Wahrscheinlich suche ich auch irgendwas, was gar nicht existiert. Aber hier sind ja so Bretter und man sieht ja auch da so eine Schnur runterhängen. Also das sieht schon so aus, ob da irgendwas sein könnte. Aber da ich die Kamera halt nicht frei bewegen kann. Das sieht ja auch aus, ob da der Käfig halt gehangen hat, ne? Von dem die geredet haben letztens. Also ich nehme mal an, ich habe da schon gemacht und habe die dann irgendwie verjagt oder so. Keine Ahnung. Ja, also ich habe die wahrscheinlich verpasst. Aber die Tochter wurde später nochmal nordwestlich auf, wurde mir gesagt. Trotzdem finde ich die verschollene Lieferung, wird mir immer wieder hier angegeben. Aber, also wenn es der Wagen da nicht ist, wüsste ich auch nicht, was das wäre. Verpackt ist oder so, ich weiß es nicht. Also ich verfolge mich ja förmlich, die Quest, ne? Und das ist ja die Dings hier. Aber wo soll die verschollene Lieferung dann sein? Also das sieht auf jeden Fall alles irgendwie komisch aus. Und die Holztrufe habe ich auch schon gemacht. Also ich war ja offensichtlich hier schon. Ich bin ein bisschen ratlos. Egal, wir gehen jetzt unsere Mission machen. Mit dem Droiden. Das mit der Elfe tut mir ein bisschen leid. Also hätte ich das vorher gewusst und ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal alles zu laden, dann hätte ich sie vielleicht als Begleiterin besucht. Also ich glaube, das war die mit dem Schwert links, Schwert rechts, die Dame. Wahrscheinlich eine Kriegerin dann, so wie ich das bin. Hätten wir eh nicht gebraucht, zweiten Krieger, aber die habe ich wahrscheinlich umsonst getötet. Ja, wir gehen. Wir gehen. Ja, Ma'am. Check twice, myself. Ein Scout hat sich gerade gesagt. Die Goblinin'in Wettbewerb wurde decimiert. Wir können noch nicht weggehen, und ich höre Sie sind, die Sie zu bedanken. Ich bin dankbar. Ich habe eine Schlechtung von uns. Es ist nicht viel, but you've earned it was für ein geiler Helm very good of you thank you how sin will likely want to thank you too mind he returned just a while ago I believe he's catching up with corker as for us no armies at our heels amazing we can finally leave but perhaps we need not speak of farewells we'll join your camp tonight to celebrate if you have us nice party so aber bevor wir die party machen das mal mit dem ruiden sprechen ich will mich dauernd in dem ding händler wäre längst auch nice die haben sicher auch einen händler hier irgendwo stehen wo die sind alle unterwegs das war glaube ich ein händler da unten die goblins peace can finally return to this corner of the sword coast thank you as am i and i'm sure those poor refugees would quite agree so da haben wir jetzt mal ein paar sachen verkaufen jetzt sind wir noch mit den dings reden wo auch immer der gerade rum läuft könnte man jetzt klündern jetzt scheint eh alles leer die verschollene verlieferung ach so die verschollene das ist die ding die wir nach walders mitnehmen sollen das ist die kiste wir haben im gepäck deswegen verfolgt uns das ding ja so macht das schon mehr sinn wo soll man jetzt mal die komischen ruiden treffen da unten oder was ja jetzt bei seinen gesellen wo ich sie nochmal da runter da vorne genau die freuen sich doch jetzt sicher dass ich die kameraden überredet habe dass die stiften gegangen sind dass sie sich jetzt trauen hier wurde gerade einen bogen gekauft wenn der krittet dann kriege ich einen zauberslot 1 zurück hatte der im gepäck gehabt war ganz nett nichts verkommend der hatte auch färbelmittel da konnte man die ausrüstung mit einfärben wenn man wollte da weiß ich noch nicht ob ich das überzeugt über diese besonderes das ist das ist das ist Unterhaltend der sie das ja die der Vergangenheit. Du hast uns geholfen. Ich habe uns geholfen. SILENCE! Das Recht hat sich geholfen. Ich werde dich bleiben. Aber schau dir sich ein Novus anew. Du hast vergessen die Worte der Druid. Unsere Ort in der Natur. Du solltest das alles wieder lernen. Right hier. Backslide. Und Natur's Fury wird dich zerbrechen. As du wünschst. Wollt ihr das Kind einsperren oder nicht noch Schlimmeres mit ihr machen? Ich habe dich verbrechen. Du hast eine große Rolle. Ich habe dich verbrechen. Aber Zeit wird sie schuldig. Und die Groove braucht sie. Sie werden bald wissen. Aber die Groove wird sie verbrechen. Wir haben uns immer wieder verzögert, oder? Also ich glaube ja irgendwie nicht, dass die sich als Novize zufrieden gibt und alles. Es gibt sicher ein großes Attentat heute Abend. Na gut, also im Lager gibt es jetzt die Fete, das heißt also wir müssen jetzt wahrscheinlich rasten. So, der ist der schöne Bogen, Magier, aber den müssen wir auch kümmern. Da ist unser neuer Geselle, unsere Barbarin, die mag den Helm glaube ich nicht oder was sie mit dem Hahn da macht. Was soll denn der Reisetruhe drin sein? Ich dachte, die wollten zur Party kommen. Ich habe eben die Schriftrollen gekauft. Kann man das nicht alles gleichzeitig sortieren lassen hier? Genau, nach Typ sortieren alles und ich hatte eben diese Wiederbelebungsschriftrollen geholt. genau vier Stück. Ich wollte jetzt eigentlich, dass er die splittet. Wie splittet man denn Sachen? Ah, mit Shift, okay. Dass jeder halt eine Handvoll hat von denen für den Notfall. Das war mir wichtig, denn immer noch unendlich viel Ausrüstung nicht verkaufen muss, weil wir heute in Pleite fasst. Vielleicht kommen die erst, wenn man schlafen geht. Ich hätte es zumindest so verstanden, dass die eine große Party machen wollten. Da sind sie. Ich habe Musikinstrument, ich kann spielen. Auftritt fehlgeschlagen. Das hier kein mehr. Naja, ich habe es versucht. Also, ich habe es versucht. Du wirst jetzt nicht rechtlich sein. Du hast du Wichtigste, Roland? Du hast du Wichtigste, Roland? Und du wirst! Du wirst! Du wirst. Du bist sehr nett. Du wirst, wenn er das gar nicht möglich konnte. Der ist ganz simpel. Ja, jetzt ohne das Spoiler so wohl, aber ich vermute mal, die machen uns jetzt super sympathisch und dann kommt diese böse Druidin und tötet die alle, wenn wir darunter leiden. Ja, ihr seid alles gut. Okay, da sind wir dir um die Ecke gehen wahrscheinlich. Ja, lass mal machen. Oh, er hat es nicht verstanden. Ach, was hat er von, wenn mein Held ist. Vergiftet, ganz klar. Hey, manche meinen singen, oder? Kann ja wohl nicht sein. Oh, cute. Magischer Spiegel. Wird sie hell? Ja, wann habe ich einen magischen Spiegel im Lager? Ja. Ach, da kann man sich selber verändern? Ne, das habe ich nicht vor. Best be on my way. Julian möchte mir irgendwas sagen, ne? I should be out there. Ich weiß nicht, dass ich mich als ein Held habe. Ich dachte, dass ich mich derjenige, die sie zuerst für so viele Leben zu retten. Und jetzt, dass ich hier bin... Ich liebe es. Das ist total. Das ist total. Wir haben ein paar Goblins zu retten, um ein Tieflings zu retten. Die Tally of Lives nicht verändert. Aber was habe ich für all mein hartes Arbeit? A Pat on the Head, und Vinegar für Wein? Pfff! Das ist ein starkes, rich, red. Drei und scharf. Siehst du, was ich meine? Wann? Wann ich? Wann ich? Wann ich ein bisschen Spaß? Wann ich? 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 Wann ich mich? Der hat spitze Zähne und zwei Löcher im Hals, ne? Wann ich nicht? Wann ich muss mich auf ausholen? Ich bin sicher, dass du Person andere haben, die sie zu näher tragen. Also nicht so gut. Aber das sieht aus, als ob es ein Vampir wäre. Ja, die sind alle tot und ich war schuld. So, jetzt machen wir dann irgendwann. Das mit dem Latze, wo es keiner ist, ist außergewöhnlich, oder? Keine Ahnung, wo ich jetzt irgendwas machen? Das ist wahrscheinlich alles, ne? Also ich kann man auch nicht in Gesprächen führen, aber ich glaube, dann legen wir uns einfach schlafen danach. Ja, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Yeah, I'm deeply proud of you. A touchless so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood. And I didn't want to cast a grey cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Horns this sharp will pop the balloons, you see. And the guests won't take kindly to scars quite so monstrous. If only half the world had half the heart you do. But, off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Some time alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. So, so. Ja. Also, ich glaube, ich werde dann einfach jetzt mich schlafen legen, oder? Hier. The buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die beiden Jungs Bock auf Sex gehabt hätten, dass Mädel aber nicht, was ich angesprochen habe. Vielleicht hätte ich mal bei der Priester vorbeischauen Ich glaube, dass ihr morgens gefühlt hat. Nach all deinen Anfragen, es war gut geschehen. Es ist vielleicht ein Zeitpunkt, bevor du eine solche Nacht geholfen hast. Es ist viel zu tun. Und ich versuchte, dass ich dir helfen würde, wie ich kann. Ich bin sicher, dass du für dich von Moonrise-Towern finden kannst, aber es ist kompliziert. Die Reise, speziell ist, ist extrem gefährlich. Doch es scheint, dass du sehr gut bist, zu navigieren. Ich glaube, es war zu viel zu tun, dass wir hier und jetzt werden. Für Moonrise, dann. Wait. Es ist mehr zu wissen. Für die Towers werden, musst du durch ein Terrible-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower. Eine, welche Ex Medical-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower als muss auf dem Körner-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower inなので. Das Senang wird ebenfalls abgelehnt, aber es darfst nicht in der Schädel-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower-Tower, oder Folgen davon. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich möchte, wenn Sie mir helfen können. Ich kann mir meine Fähigkeiten, meine Wunschung. Ich habe lange versucht, zu zurück zu Moonrise Towers. Es scheint, dass unsere Fates alignen. Ich habe eine Fähigkeiten, als erste Druid. Francesca von der High Forest. Eine Fähigkeiten, die sie bereits verabschieden hat. Ich bin froh, dass Sie verabschieden. Ich bin froh, dass Sie verabschieden. Ich bin froh, dass Sie verabschieden. Die Grobe muss sich über die Fehler der Vergangenheit der Vergangenheit verabschieden. Was sie braucht, ist eine gewisse Wunschung. Ein Outsider, der kann die Ölge-Fahrer verabschieden, ohne Bias. Das ist, weshalb ich Francesca gewählt habe. Sie wird die Simplicität und Purity in meiner Absenz verabschieden. Im Gegensatz zu, wie einige von uns denken. Wir Druids können Politik spielen, wenn es notwendig ist. Jetzt haben wir die Reise vor. Besten, zu beginnen. Sehr schön. So, jetzt versuche ich noch mal was. So. Strang. Du weißt, wer ich noch nie dachte, dass ich mich für mich kenne. Ich wollte nur noch mal das Gespräch hören. Ich wollte nur mal gucken. Also, kann ja nicht sein, dass ich mit allen rede, ja? Und jeder Mann will eine Romanze mit mir. Vielleicht geht das ja auch mit ihr, die Romanze. Ich habe die noch nicht angesprochen. Wir versuchen unser Glück. Die Schüler schmerzen. Das stimmt. Aber nicht das. Ich meine... Ich meine... Desperate Menschen. Wie die Flüchtlinge. Sie sind niemals viel Gedanke, selbst nicht so ein Bunch in der Gräufe. Und zwar, wir kamen durch. Wir haben ihnen wieder nichts gehört. Wir haben ihre Leben. Es ist leider. Aha, geht doch. So, dann hätten wir das geklärt, ich habe es aber da nicht im Spiel stand, glaube ich, aber ich wollte nur mal gucken, ob ich irgendwas falsch mache. Ich schaffe das nie mit Romanzen, auch beim Mass Effect 2 habe ich es irgendwie nie geschafft. Schwierige Welt. Ach, man kann die dann aufzählen, so funktioniert das und dann kann man einen picken. Okay. Okay. might this night bestow. You made it. Come here. Sit with me. So eager. I'm surprised it took you this long. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Oh, die freuen sich. Very practical. We could have toasted to that every night so far. Here's to many more. Survival. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Ne, that would be a bit tricky. How plump do we do that now? jetzt würde ich die wieder tricks das geht das wieder komplett daneben dann ist sie sauer und dann geht die Cinderella aber es hat geklappt, mal gucken der guckt irgendwie creepy mhm perhaps but please enough about me sharing's bad for my complexion there's still plenty of wine and the whole night is ahead of us mhm was machen die jetzt? okay was haben die denn jetzt gemacht? das war doch gar nix me too she trails off ach, let's go war das so schwer? hätte man es nicht schon vor stunden haben können? meine herren da macht er was mit that didn't hurt, did it? good to know for the future let's head back if we must ich will ja nicht oberflächig sein ich hab eigentlich mehr an was anderes gedacht nicht, dass wir jetzt eine Beziehung anfangen na gut so ja, das war das jetzt gewesen ich hab's mal versucht einfach die Erfahrung wie ist denn die Beziehung jetzt zu der Schatten her wie gesagt, ich hätte eigentlich was anderes im Kopf gehabt, aber so ist es manchmal aber wahrscheinlich ist es eine Beziehung auch besser aufzubauen, wenn man nicht einen One-Night-Stand vorher daraus macht man konnte irgendwo angucken, wie die Charaktere über einen denken, wenn ich mich richtig erinnere aber ich bin nicht mehr sicher, wo genau hier unten genau also die Zustimmung hier ist jetzt auch nicht so massiv im grün von wegen Beziehung ach, das hat eine komische Beziehung ich sehe das schon kommen mal sehen was dann noch Beirut kommt ich bin auf jeden Fall weg für heute tschau tschau